Hallihallo meine lieben Freunde und seid damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge GTA 5 Online Custom Maps zusammen mit Skrisa und Chicken. Hallo. Hi. Wir spielen mein erstes Verwandlungsrennen. Ja. Ich verspreche gleich, dass es nicht ganz so berauschend ist. Flo, das hatten wir doch schon mal gespielt. Ja, ich hatte es aufgenommen, aber da hat es mein Mikrofon nicht mit aufgenommen. Achso. Deswegen. Äh, was war jetzt gerade hier? Gut, Skrisa, das sah gerade sehr ungewollt aus. Was ist denn jetzt los? Äh, ernsthaft? War ich zu lange im Wasser jetzt hier? Ja, anscheinend schon. Nochmal, das ist ja... Okay, das letzte Mal bin ich ja so schmuf durchgekommen, jetzt habe ich ja mega... Ich respawn nochmal, ich komme nicht mehr rum. Ja, wo ist denn jetzt der Punkt? Einfach... Ob du den Looping am Anfang, kann man einfach so leicht überspringen. Ja, ich habe sonst am Anfang, habe ich oben immer, ähm, habe ich in meinen Looping immer Punkte oben draufgesetzt. Ist schon mies, dass ich bei meiner eigenen Map Letzter bin, weil ich hier bei der Welle verkackt habe. Aber, die Welle lebt. Aua. Ich bin bei dem Riesen Looping rausgeflogen. Was ist denn bitte? Ja. Die, man soll sich alle kaputt fahren? Was? Okay, das ist echt schon mal, dass man sich alle kaputt fahren muss. Die ganze Ammonation-Dinger. Die ganze Ammonation-Mauer. So, ich muss mir mal respawnen. Könnt ihr bitte kurz warten? Ich bin gerade zu dumm, meine eigene Map zu fahren. Ja, aber... Die kann... Die sollten jetzt mit dem Flutzeug brennen. Äh, brennen. Absturz. Hauptsache, ich habe hier zwei Spawn-Punkte. Und die spawnen trotzdem woanders. Ich verstehe es nicht. Alles klar, ich kann einfach Wasser. Ich habe das gerade nicht verstanden. Ich habe zwei Respawn-Punkte eingesammelt und trotzdem ist er woanders respawnt. Ja, ist er... Ist GTA. Ihr habt die komischen Bremsen bei dem Riesen-Looping gemerkt. Aber dass das letzte Teil so unspuff war, das ist geplant, dass man da schon mal abbremst. Aber... Ich bin ja gerade beim anderen überlegen, was das hier sein soll, aber okay. Bei was bin ich zum überlegen? Also, jetzt. Ne, der kam gerade nicht so beim letzten rüber. Beim letzten Turkey-Wurst-Wagen. So, aber... Ganz kurz mein Controller anscheinend. Oh, ne, nicht ernsthaft Strom, Alter. Doch, aber es ist nicht schwer. Oh, ich falle. Achso, aber mein getuntes Flugzeug hier. Hello, ich habe auch den Punkt bekommen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Aber dann bitte noch nicht ins Ziel. Ich will das Ende meiner Map bezahlen. Bleh. Ich falle. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich bin da gerade ein bisschen kaputt gegangen. Ah, war gemerkt. Oh, mein Gott. Ich habe jetzt so ein dummisch. Was ist das für ein Ordentlicher? Ey, komm doch nicht hoch, Alter. Was ist denn jetzt bei dir los? Ihr wisst doch. Mein Trumpi wird nicht hoch bei deiner rosanen Rampe, ne? Er stolpert durchs Fenster und fällt einfach bis ganz runter. Das war kein... Was? Mein Trumpi bei deiner rosanen Rampe hier nicht hoch. Ich weiß. Das muss ich noch... Fahr einfach rechts rum. Ich spring einfach runter. Oder so, ja. Das ist... Muss ich noch überarbeiten. Oh. Ein gut gemachten Chicken. Danke. Oh, Aua, mein Kopf. Oh, vergreifen. Also falls ihr die Map schon spielen solltet, hier vorne bei den rosanen Rampen, geht's noch nicht weiter, weil da oben hier eine Rampe, obwohl es eigentlich alles gut aussah, scheiße gesetzt ist. Ja, wo muss ich denn hin? Sag mal, hä? Sag mal. Mit den Richtlinen kennt ihr auch die Häuser? Was? Mit den Richtlinen kennt ihr auch die Häuser? Oh, wow. Ich bin auf die ganze zweite Angefall, die falsche Richtlinie ist der Kunde auf die ganze Richtung an. Oh oh. Also ihr seht, die Map hat noch verbessert. das ist ja unbedingt nötig auf jeden Fall definitiv jeder sagt ja auf jeden Fall definitiv aber alles klar was wird denn bis hier ja geil geil aber der Typ fällt wie lange hast du dafür gebraucht auf jeden Fall zwei Stunden warum nicht alle du was alle du er geht in falschen Modus und springt einfach bis du ganz runter du bist auch schön durch die Bahnhofshäusel durch gerannt und nicht drüber gesprungen die blöse an was hinkst du? sag dich du hast den Punkt nicht ah was soll das? da ich bin schon unten wo land? wir sind wo land? ey scheiße wenn wir nicht wo land ich bin ich bin ah was ist denn das hier für eine oh juhu was sind das für überall denn? was macht ihr da unten? was macht ihr da unten? ich war zu weit ich war zu weit ich war zu weit hey wo sie oh oh das ist böse fährt da überall ein Trautus drüber ok da vorne brauche ich wieder Kontrollern Trauner boah die seine Strommast alter boah die seine Strommast alter der fliehen sich übelst komisch ja ist so die reagieren ja sofort auf die Reaktion alter ja ganz beim anderen Flugzeug kannst du wackeln wie du willst da musst du erstmal richtig rüber ziehen bis der kommt ja ah ist klar hier oben start mal in der Luft mit Maul über ja äh ja 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 man ist wo ein bisschen zu weit weg bisschen bisschen haha ich bin jetzt erst bei dem flug ich bin jetzt erst bei dem flug ok ahhh alles klar immer vorbei nein 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 hau hau na maaaas bin das hier bei dem strecken man hahaha ich sehe den Offroad halt ich sehe immer die komenden Richtlinien halt wahrscheinlich Panzer jung klar Als ob Panzer Leute ist dein Panzer auch so rot an Seiten Oder eine andere Farbe Die Tanks Schlechtesten was du in deiner eigenen Ja, weil ich am Anfang verkackte Chicken, sollen wir reinfahren? Nein, warte bitte Und er kommt durch den Pach Dann sind wir weiter geworden Wenn euch die Map gefallen hat, dann lasst euch noch nach oben da Wenn euch nicht gefallen hat, dann lasst euch noch nach oben da Er will neu auf meinem Kanal sein Würde ich natürlich selber ein Abo freuen Vielleicht schaffen wir noch die 1000 Und damit verabschiede ich mich reingehauen Bis zum nächsten Mal Ciao, ciao Outro 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 Vielen Dank.